Musik Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. Dann mal los. So, moin moin und hallo. Herzlich willkommen. Auch bei mir im Emergency 4. Der Oisterpropper, der spielt ja im Moment den Wegbärten-Mod. Der ist mir aber teilweise doch noch eine Nummer zu realistisch. Deswegen versuche ich mich hier an der Flur in Hamburg-Mod. Gucke jetzt, wo mein Verkehrsunfall ist. Da ist mein Verkehrsunfall. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir das so hinkriegen. So, ich denke mal als erstes brauchen wir mal die Polizei hier. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein HLF zum Rausschneiden. Und dann brauchen wir einen Rettungsdienst. Und zwar fährt da ein Notarztwagen hin. Und wir brauchen zwei RTWs. So, den schon mal da hin und den schon mal da hin. Oh, ne, die Pistole wäre jetzt übertrieben. Alles klar. So, den Pistole ist raus. Brauchen wir eigentlich gar nicht alle. Der nimmt eine Rettungsschere. Der nimmt eine Rettungsschere. Und dann schneiden wir mal die Leute raus. Die Steigen ist sehr laut. So, ich weiß gar nicht, konnten die nicht auch erste Hilfe leisten. Hm, wohl nicht. So, dann hier wieder alle rein. Der Knie kann abrücken. Ja, das nutzt nichts. Dann müssen wir noch einen Notarzt haben. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Notarzt, sonst stirbt uns der hier weg. Ja? Obwohl. Naja, womöglich müssen die aber auch nur als begleitend abtransportiert werden. So, dann hierher. Doch, war relativ knapp. So, Imsen kann schon mal abtransportiert werden. Ist in Arbeit. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 42 hört. So, dann können wir hier schon mal... Ah, nee, jetzt muss ja wieder ein Polizist machen. Abschleppdienst muss wieder die Polizei rufen. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 10. Joa, fahr den anderen Notarzt noch dort. So, das müsste reichen. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Das kann ich auch gerne mal vor. Muss aber auch nicht. Dann können wir uns auch wieder abrücken. Fahrzeug 11. Eine Ölspur war nicht. Hier wird es keine gesehen. Da oben kommen schon die... Oder schon kommen die Abschlepper. Aktivtransport wahrscheinlich, ne? Hamburg. Ja, der Wegberg-Mod ist mir... Also, sieht gut aus. Alles top. Aber... Ich bin für Feuerwehr halt nicht so harm. Ihr wisst, oder die meisten, die mich kennen, wissen. Mein Part ist dann eher Rettungsdienst. Und mir ist das dann teilweise doch schon etwas zu kompliziert. Ich fuchse mich da auch noch rein, weil wir das jetzt auch schon das öfter mal im Multiplayer versuchen. Und wir kriegen das schon irgendwie hin. Wunderbar. Wo ist denn der andere Abschlepper? Das ist wieder abgehauen. Aber aus heimatlicher Verbundenheit spiele ich natürlich dann den Florian Hamburg-Mod. Wo sind die Abschlepper? Da. Kamerasteuerung ist nur so ein bisschen... knifflig manchmal. Fahrzeug 27. So, rücken. Fahrzeug 14. Die können auch reinsteigen. So, sind Einsatz und fahren Streife. So, dann können wir hier die Kameraposition wieder löschen. Weil das ist erledigt. Und dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz. Der müsste gleich fertig gemeldet werden. Und dann harren wir mal der Dinge, die dort kommen mögen. Ja, jetzt habe ich vergessen, ein bisschen Musik einzuspielen, weil die Spielemusik ist ja auch dabei. Aber die habe ich ausgemacht, weil es da bei YouTube öfter mal Probleme gibt, leider Gottes. So, und das ist erledigt. Und jetzt warten wir. Gasleitung explodiert. Löschen Sie alle Brände. Natürlich. Ich mag doch kein Feuer. So, dann werden wir gleich den A-Dienst mal ausdrücken lassen hier. Ich denke mal, die Pole kann auch nicht schaden. Ich hoffe, der A-Dienst reicht. Fahrzeug 38, höher gemacht. Fahrzeug 45, höher. Wo rennt er denn hin? Es sollte eigentlich nur einen Schlauch aus dem Auto holen. Holt er den jetzt von zu Hause? Ach ja, die haben ja keinen Schlauch auf dem Auto, klar. Komm zurück, Junge! Oh Gott. Ich glaube, der A-Dienst ist wohl kein... HLF K3, oder wie? Geht das Fahrzeug 26, höher. Hörer. 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 So, absitzen Schnauch nehmen, anschließen, drauf halten, auch Schnauch nehmen, hier anschließen, drauf halten Schnauch nehmen Sie dran, da unten gehen alle, dann greifen Sie die Abonnanzlauf, investieren die Versorgung Schnauch nehmen Schnauch nehmen Schnauch nehmen Ich hätte es noch nie hängen, dass ich uns Verteiler zurückkomme, aber nicht. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. Ich weiß nicht, warum ich jetzt in diesen Trenden bekomme. und dann können wir das hier und dann können wir das hier und dann können wir das hier ein bisschen mehr Achtung, es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. So, der kann uns schon mal zu dem Laden geben. Das war jetzt was? Gut, klang das nicht. Auf dem Weg. Weiterfahren. Aussteigen. Was gibt's? Auf dem Weg. Roger. Bin unterwegs. Fahrzeug 14. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Ja, du schnab ihn dir, Jung. Geht doch. Brandausbruch durch unsachgemäßes Zünden eines Feuerwerkskörpers. Löschen Sie die Brände. Was gibt's? Fahrzeug 14. Abfahren lassen. Fahrzeug 38. Hört. Fahrzeug 45. Hört. Fahrzeug 20. Ach, hier konnte ich jetzt einen Unfall gegeben? Oh, schnell weg. Wir haben Einsatz. Fahrzeug 38. Hört. 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 Hier ist es glaube ich abgerückt. Hört. Hört. So, dann sollen wir uns hier nochmal die Kammerperspektive merken. Vorsitzend haben mal die. Zwei Hamburger Löschfahrzeuge hier raus Wenn man die da rumkommt Ja, ein Stück weiter noch So, und alles aussteigen Schlauch Muss jetzt zweite Auf den Weg Schlauch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Das geht nicht irgendwie rein. Leider gut ist, dass das Dach nur wegnehmen würde. Da geht es nicht rein. Für die Karte. Da geht es nicht. Da geht es nicht. Dann gehen wir ab. Dann lassen wir die Öte immer wieder hin. Hier, jetzt gehen wir jetzt hier. Was war das? Ah, hier ist die Bestattung, hier ist die Bestattung. Was war das? 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 Was war das Feuerchen aus? Was war das Feuerchen? 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 Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind. Ja, das machen wir. Wir rücken jetzt ab. Und dann werden wir den Part für heute auch beenden. Auch einrücken. Absperren und einrücken, mal sorgen. So, das waren mal so die ersten Einsätze hier vom Flur in Hamburg Mod. Wo ihr die Mod runterladen könnt, steht unten in der Beschreibung drin. Ich finde, die lohnt sich auf jeden Fall. Sind die auch schon mit 5 Uhr angekommen? Ne, da rentt noch einer. So, der andere wird wohl auch noch aufgenommen haben. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir werden, oder ich werde sicherlich öfter mal was davon machen. Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Randalierer, komm, die verhaften wir noch eben schnell. Jo, aussteigen. Nicht rumstehen. Typen verhaften. Äh, verhaften? So, Rettungs... Jetzt bin ich wieder weg. Ich vergesse es immer zu speichern. Andalierer. Ach, der Unfall, da ist auch noch Gefahrgut. Da müssen wir uns bei Gelegenheit auch noch mit umkümmern. So, hier muss auf jeden Fall mal ein Neff zu der leicht bekleideten Dame. Einsteigen. Abrücken. Ach, Mann. Wieso drücke ich immer auf Einsatzzentrale? Will ich gar nicht. So, komm, Notarzt. Der Doktor, raus. Und kümmere dich mal um die... arme Dame. So. Ist doch auf drei. Ja, mein ich doch. Ja, Tewi, muss hier natürlich dann auch raus. Na ja, die hat ja gar nicht viel gemacht. Oder hat ja nicht viel, der geht's ja gut. So, während die hier waren, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende. Halbe Stunde voll. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt das mal ruhig rein in die Kommentare. Ist, wie gesagt, mal was Älteres. Gefällt mir mit der Florian Hamburg Mod aber sehr gut. Runterladen. Link ist unten drin, hatte ich schon gesagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Reinhau und Tschüss.